In diesem Video möchte ich zeigen, wie du in Aquasoft Stages eine Art Bilderkarussell erstellen kannst. Mit den am Betrachter vorbeiflanierenden Bildern lässt sich zum Beispiel ein Jahresrückblick mit deinen Lieblingsfotos animieren. So sieht unser Projekt am Ende in der Timeline aus. Verwendet werden ein Bildband-Effekt, ein Farbeffekt, um die Bilder schwarz-weiß zu färben, und ein Schatten-Effekt. Für die Bilder im Vordergrund benutzen wir den Effekt 3D-Rotation. Die Effekte gibt es alle auch in der Diashow Ultimate, aber wir brauchen für den Effekt 3D-Rotation ein Stages-Feature, und zwar die Animation der Drehung per Kurve. Als erstes hole ich mir ein Hintergrundbild aus der Toolbox, hier ein Hintergrund aus dem Erweiterungspaket Winter. Das Hintergrundbild färbe ich im Bildeditor ein und packe es in ein Kapitelobjekt. Dann kommt auch schon das erste Bild. Es soll keine Einblendung haben und das Bild kommt dann in den Effekt 3D-Rotation. Im Effekt muss man darauf achten, dass Hintergrundfüllen auf Ausgestellt ist. Den Rotationseffekt verkleinere ich etwas an seinem Auswahlrahmen. Ich möchte mit Hilfe des Effekts das Bild über die Y-Achse drehen. Dabei soll das Bild aber von links hereinkommen und nach rechts ausdrehen. Dafür setze ich den Wert Z beim Rotationszentrum auf 4. Diese Bewegung, die ich hier beim Schieben erreiche, kann ich den Effekt über eine Kurve ausführen lassen. Ich schalte bei der Y-Achse von Wert auf Kurve um und zeichne mir meine Bewegung hier ein. Zunächst das Eindrehen links. Dann bleibt das Bild vorne etwas stehen. Der Wert muss nicht genau gerade sein, so gibt es noch eine kleine Bewegung nachher im Vordergrund und dann wird nach hinten wieder leicht weggedreht. So sieht es dann aus. Das Bild fliegt ein, bewegt sich ganz leicht vorne im Vordergrund und fliegt aus. Dieser Effekt ist soweit fertig. Ich kopiere ihn so oft, wie ich weitere Bilder einfügen möchte. Und die kopierten Bilder ersetze ich jetzt einfach nach und nach mit meinen weiteren Bildern. Ich verwende hier jetzt nur Hochformatbilder. Es können aber auch Querformate oder die Formate gemischt verwendet werden. Jetzt geht es an die Animation im Hintergrund. Dafür hole ich mir den Bildband-Effekt aus der Toolbox. In den Bildband-Effekt kommen alle meine Bilder in der Reihenfolge, wie ich sie auch unten als 3D-Rotation angeordnet habe. Achte darauf, dass alle Bilder Hintergrundfüllen aus besitzen und keine Einblendung. Ich markiere den Bildband-Effekt und verkleinere diesen am Auswahlrahmen. In den Effekteinstellungen gebe ich die Verschiebungsrichtung nach links vor, sage keine Beschleunigung und stelle den Bildabstand ein. Ich wähle hier mal ca. 30%. Spiele ich jetzt ab, erkennt man schon das Prinzip. Die Bilder vorn erscheinen und sind nach ihrem Verschwinden im Hintergrund zu sehen. Damit das Timing vom Bildband-Effekt besser klappt, nutze ich einen Trick. Ich werde an den Anfang noch unsichtbare Bilder einfügen und damit den Bildband auffüllen. So erscheint das erste Bild etwas später. Ich kopiere dafür das erste Foto und setze es über den Reiter Transparenz auf die Deckkraft 0. Es ist also beim Abspielen nicht mehr zu sehen. Dieses unsichtbare Bild vervielfältige ich und setze es dreimal ein. Diese drei Bilder kopiere ich auch noch mal an das Ende des Bildband-Effekts. Ich spiele jetzt noch mal mit dem geänderten Timing ab. Für ein stimmiges Verhältnis zwischen dem Verschwinden der Bilder im Vordergrund und dem Erscheinen hinten musst du für dich selbst etwas experimentieren. Die optimale Laufdauer ist abhängig von der Anzahl der Bilder im Effekt, der Höhe des Bildbandes und auch, ob du Hochformate oder Querformate nutzt. Arbeite zum Anpassen mit der Option Bildabstand und wie gezeigt auch mit transparenten Bildern. Am Anfang und Ende des Effektes. Um die Hintergrundbilder noch etwas dezenter zu bekommen, färbe oder besser entfärbe ich sie. Ich ziehe den Farbeffekt auf den Bildband-Effekt. Im Farbeffekt stelle ich dann schwarz-weiß ein. Darüber lege ich jetzt noch einen Schatten-Effekt. Damit der Schatten etwas dominanter ist, erhöhe ich die Deckkraft und den Abstand und verändere noch etwas den Winkel. Wer möchte, könnte auf diese Effektkombination auch noch einen Weichzeichner-Effekt legen mit einer ganz geringen Stärke. Aber mir reicht das auch ohne Weichzeichner. Noch kurz zum Abschluss dieses Effekts. Am Ende, wenn nur noch die Hintergrundbilder laufen, könnte man prima ein bisschen Text einblenden und diesen gesamten Effekt dann auch wieder ausblenden in unser Startbild, in unseren farbigen Hintergrund. Das idealerweise mit Alpha-Blending. Deiner Fantasie sind da wie immer keine Grenzen gesetzt. Vielleicht ergänzt du auch noch ein paar Partikel? Wenn dir diese Idee gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Kanal-Abo. Danke! – Schade Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020